Wir sind gut ausgebildete Incident-Response-Manager und IT-Unternehmensberater. Wir arbeiten mit unseren Partnern von WeSecure, unseren Partnern hier zusammen, an der Sicherung unserer IT-Systeme, der Kunden. Wenn es entweder einen Cyberangriff gab und es ist schon zu spät und ihr seid noch nicht unser Kunde, dann habt ihr wahrscheinlich deswegen den Cyber-Vorfall und dann helfen wir euch als Incident-Manager auf Geschäftsleitungsebene, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Leute zu holen, um die richtigen Dinge umzusetzen an den richtigen Stellen. WeSecure bietet eine ganz tolle Technologie auf der einen Seite kombiniert mit Services an, die wir mit unseren Leistungen kombinieren und so bestmöglich Kunden schützen können, vom Cyber-Vorfall bis hin zu der Prävention und genau dort kümmern wir uns um das Thema Cyber-Risiko. Das ist das, was wir gemeinsam mit WeSecure machen. Gerade in der Kommunikation zwischen Produkt, Service und Lösung benötigt es in der Praxis einfach ein Paket für den Kunden und dieses Paket liefern wir. Gut, wir arbeiten eigentlich schon seit Gründung, seit fünf, zehn Jahren in der Access AG mit WeSecure zusammen. Für uns ist es wichtig, das ist stark partnerschaftliche, das ist kundenorientierte mit WeSecure zusammenzuarbeiten, stabile, vernünftige Produkte eines europäischen Herstellers in diesem Kontext und WeSecure trägt eben dazu bei, dass wir zum Beispiel 2023 als bester Managed Service Provider Deutschlands ausgezeichnet worden sind und 2024 waren wir auch unter den Top 5 und das kann man nur, wenn man mit starken Partnern unterwegs ist. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren mit WeSecure zusammen, wir beraten Kunden, wir implementieren für Kunden, wir verkaufen auch die Lösungen natürlich mit den Lizenzgeschäften ganz normal, aber wir beraten Kunden auch hinsichtlich NIST 2, wir beraten Kunden auch, wie müssen sich in die Zukunft aufstellen, Cyber-Security-Strategien und eben auch neue Produkte, Innovationen auf den neuen Markt bringen und versuchen eben mit WeSecure die digitale Welt sicherer zu gestalten. Das ist so die Idee dahinter. Wir haben gestern Abend schon mal in der Bar darüber kurz gesprochen. Es ist schon eine ewig lange Zusammenarbeit. Es geht bei uns bestimmt schon 18, 19 Jahre zusammen. Es hat sich hervorragend entwickelt. Es gibt persönliche Beziehungen jetzt mittlerweile zu den Leuten. Die Vertriebsjungs von WeSecure kennen unsere Techies, kennen unsere Vertriebler. Umgedreht ist es genauso und das menschelt halt und dann passt es auch mit dem Geschäft. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Deswegen sagen wir, wir werden definitiv nicht auf die Suche gehen nach einem neuen Partner, weil wenn du so eine lange Beziehung miteinander hast, auch menschlicher Natur, dann bleibst du dabei.